Herzlich Willkommen zur heutigen Folge auf den Marsch. Wir werden gleich das Glas nachhauren. Das heißt, wir werden mal ausklappen. Ich gehe hinten vorne. Da runter. Hicks. Vorne starten. Witten. Traktor nicht. Runter. Auf starten. Wenn wir gleich den Rest Gras mähen, was man dann nicht machen wollte. Aber wir minuten es jetzt mal. Das dauert nicht lange. Und da wäre die Wiese mit durch. Dann werden wir hier Heu machen. Und dann später gleich schwatten wir. So. Einklappen. X. Wollen wir so lassen. Jetzt fahren wir mal auf die Anowiese. Aber man wird nicht über die Wiese. Den Kurs können wir löschen. fahren. Aber wir werden. Ja. Ist noch nicht reich. Komm mal so. Wir werden zum Hof fahren. Unser Flugmeister ist fertig. Wir werden hier normalisieren. Wir werden hier normalisieren. Wir werden hier normalisieren. Wir werden mal in Heu machen. Genau. Wir werden mal. Kurs generieren. Zwei. Weich. 13 Meter. Über 13 Meter. Wir waren hier. da hat. Das wird jetzt noch nicht. Das will ich noch nicht haben. so von vorne so, zwei so, genau gleich machen wir ein schönes Heulen, ne? gut, jetzt gehen wir bei und bekämpfen Unkraut auf 4.2 äh, wollen wir da noch gucken aber erstmal mit dem den Kollegen wieder in die Spur bringen, dass er arbeiten kann dann werden wir gleich einen Kurs löschen damit wir hier können wir auch Unkraut bekämpfen kommen wir hier vorne rauf so mal den alten Kurs löschen und neu da können wir nicht ah hier zwei gut das fakt das geht auch gut aus hier mal gucken das geht auch dann können wir hier meine aussage gehen ja es geht im gelben bereich die Ecke mitnehmen gleich schauen wir mal an der Ecke, ob da noch ein kleines Eiers hier kann man auch gleich mal rüber ziehen Stroh weg bekommen ich habe den Eindruck, dass jetzt die Grafik anders ist als auf dem Patch es läuft zwar eigentlich fehlerfrei, aber da kann ich nicht erkennen was ein Fehler machen könnte ich möchte mal eine Log-Datei gucken nachher zum Schluss hier hat es gut geflückt ich habe meine Fauna Ecke ich habe meine Fauna Ecke Klappen wir mal einen Flug zusammen jetzt dann fahren wir zurück Auf die Innansicht, erstens für den Lärm und zweitens noch besser auf der Straße. Wenn das Grünzeug von den Bäumen in sich blockiert, dann kann man ganz schnell im Graben landen oder in der Böschung oder an der Brüste von der Brücke vorbei gefahren. Kein Problem, wir fahren mal hier vorbei. Jetzt fahren wir hier oben durch, hier wo mal eine Halle hinkommen soll. Dann fahren wir da genau daneben. So, ich hoffe, dass der gut hinkriegt, wenn der aussieht. Nicht so wie auf der R2. So, der hat ein bisschen... Na, schauen wir mal. So, Aussaat fällt 13. Wir haben nichts drin, das heißt, hier müssen wir einfallen. Ich überlege, wenn wir einen Raps hernehmen. Harfe, Raps. Das ist aber ein Dünger, ne? Jetzt kommt der Zaggut rein. So, die Temperatur geht. Ich habe heute meinen Rechner mal prüfen lassen. Extern. Die 100% beim CPU sind weg. Ich weiß nicht genau, ob sie das gemacht haben. Erkannt habe ich auch nichts. Aber irgendwas haben sie gemacht. Muss ja. So, eigentlich geht er nicht weg. So. Ich habe gerade an der Uhr geschaut, ob das hier noch eine Reste gibt. Ungefähr hinbekommen. Dass wir mal sehen, dass er mit mir so aussieht, dass es so wie es richtig ist. Bis wir auf H2. So. Hat einmal angefangen, ne? Das monitore ich gar nicht. Ach, das ist nun sicher nicht. Wissen wir das vorhin? Hier ist das wieder grundfrei. Der Traktor ist nicht gelöser. Das gefällt mir nicht, weil der lenkt über den Lkw. Das ist nicht mittig. Können wir nicht nehmen. Wir werden einen anderen Traktor holen. Können wir als Abfahrer nutzen. Zu flühen und hauen auf den Lof. Aber für die Aufsage ist das nichts, wenn wir plötzlich in der Spur eine Reihe komplett fehlen. Der Karo ist ein anderer Traktor. Das Geld haben wir noch. Wir haben noch ein Silo kaufen. Traktor hier. Für die Lager. Dann stellen wir noch eine Garage rein. Da sind wir an. Den nicht. Den hier. Da wird uns ja eher vorne zuerst. Haben wir noch ein Gewicht. Wir werden mal sein Niveau. Guck mal, bevor wir ein Freitag wären. Das ist das Donnerstag. Ab heute Feiertag. Hoffe ihr auch. Alle haben ja nicht. in Österreich schon. Aber du hast kein Gewicht. Dann können wir eins kaufen. Ohne Gewicht geht es nicht. Du solltest. Du solltest noch ein paar Prozent. Du solltest noch ein paar Prozent. Nur. Du solltest noch mal so. Positiv was. Gewerkschaften. Auch der Traktor. Wo das Gewicht. So. Über 1000. Müsst du rein. Auf dem fliegen. Komplett mehr sein. Ob die Fahrer passt. Was. Kein Vermögen. Wir werden gleich. Die Aussaat starten. So. Jetzt geht's los. Und wenn man schaut. Auf dem Maisfeld. Da gibt's immer noch Streifen. Die. Die. Nicht ausgesät wurden. Das liegt dann am Traktor. Weil der Traktor. Halt. Über Kurs. Blikose. Ganz links reagiert. Und wir werden dann gleich sehen. Der Traktor wird hier. In der Mitte sein. Der Kurs. Und dann ist es okay. Wenn er mal hoch und zurück fährt. Ist er meistens. Stückchen. Ab einer Spur versetzt. Dann. Fehlt was. Man müsste also. die. Aufsatzbreite. Deutlich. Verringern. Was. Aber. In großen Feldern. Irgendwann. Naher. Ja. Man würde Zeit drauf finden. Später. Ist es. Bei der. Vielfalt. Bei der. Großen. Karte. Bei den. Großen. Feldern. Das ist. Danach schon. Ärgerlich. Wenn man. Ertrags. Einfluss. ъ Team. Wegen. Nicht ausgesehen. Der. Traktor. noch. Durch den. Gefahren. Hat gleich. Als. Komma und 6. Prozent. Schaden. Naja. Unschlecht. Die. Man. Erste. Dann. So stehen. Dann. So. trage ich nur noch nur den kurs so wollen wir das soll es für heute gewesen sein neue folge ich danke fürs reinschauen ich hoffe es hat euch gefallen kommentare und likes kommentare sind mir gerne gesehen ich würde mich freuen über ein like oder über ein abo ansonsten hören und sehen wir uns ich hoffe es zum nächsten folge tschüss am winkel